Herzlich Willkommen zum zweiten Vortrag am ersten Abend des Winterkongress 2023. Ich gratuliere euch, ihr habt euch für einen Vortrag von Lukas Hess entschieden. Es wird ein sehr spannender Vortrag. Er macht seine Doktorarbeit hier in der Schweiz am Institut für Kommunikationswissenschaften und Medienforschung. Zu diesem Thema unter anderem auch, das ihr jetzt gleich hören werdet. Er ist zudem Partner des Think&DoTank, Dezentrum.ch. Auch ein Think Tank, der sich auch genau um diese Aspekte oder auch andere Aspekte, die bei uns in der digitalen Gesellschaft behandelt werden. Freut euch auf einen spannenden Vortrag zum Thema politische Aktivisten und Aktivisten. Wie können die ihre Befragtsphäre schützen? Wie können die mit dieser Fragestellung umgehen? Viel Spass. Yes, danke vielmals für das super Intro. Ich freue mich heute hier zu sein. Genau. Euch erwartet ein etwas weniger technischer Vortrag, sondern es geht eigentlich heute mehr um die sozialen Implikationen. Und eben darum, wie politische Aktivisten und Aktivistinnen ihre Privatsphäre schützen, beziehungsweise was das alles für Probleme mit sich bringt, wenn die Privatsphäre von diesen Personen dermassen in Bedrängnis gedreht, wie es momentan der Fall ist. Ich bin, wie gesagt, Teil des D-Zentrum und auch an der Universität Zürich. Diese Forschung bewegt sich da irgendwo dazwischen. Und ich werde mich heute auch bemühen zu zeigen, wieso diese Themen auch für euch, für uns alle relevant sind, wieso auch für uns wichtig ist, dass wir unsere Privatsphäre schützen können und auch politisch da eigentlich mehr Druck machen müssen, weil es momentan, wie es abläuft, einfach nicht okay ist. Wie ist es zu dieser Forschung gekommen, zu diesem Projekt gekommen? So ein Kübel voller Smartphones stand ganz am Anfang. Und zwar, ich weiss nicht, vielleicht wart ihr mal an einem Meeting von einer politischen Gruppierung oder sonst einem Meeting, wo da so alle Smartphones eingesammelt wurden und in einem Kübel vor einem Zimmer oder einem Raum deponiert wurden. Manchmal werden diese auch in einen Kühlschrank gepackt. Ich weiss nicht, vielleicht hat jemand den Snowden-Film gesehen. Da werden die alle weggesperrt in den Kühlschrank. Und er hat mich gefragt, hey, das sind irgendwie super mittelalterliche Methoden, um sich gegen die modernste und beste Überwachung zu wehren. Wie effektiv kann das sein? Also wenn man sich damit so rudimentären Methoden zu schützen versucht, kann das wirklich funktionieren? Was wir heute anschauen möchten zusammen, ist kurz einerseits über dieses Forschungsprojekt, darüber, wie Aktivismus in der digitalen Gesellschaft funktioniert, darüber, wie eben digitale Technologien unglaublich wichtig geworden sind für politischen Aktivismus, wie es aber dazu auch zu viel mehr Überwachung kommt, die dann mit Privacy Protection Skills beantwortet werden von politischen Aktivisten, Aktivistinnen, auch von Journalistinnen, Journalisten und was es dabei für Probleme und für grössere soziale Implikationen gibt. Und ich möchte eigentlich hier zum letzten Punkt am meisten Zeit verbringen, beziehungsweise auch Zeit für Fragen zu haben, weil ich glaube, das ist am spannendsten, wenn wir dann noch eine kurze Konversation führen können. Yes, also habe ich mich da auf diese Reise gemacht mit dieser Forschung, das ist ein Forschungsprojekt, das noch immer läuft. Wir haben jetzt inzwischen, glaube ich, 21 qualitative Interviews geführt mit Aktivistinnen in der Schweiz, Deutschland, USA, Frankreich, Italien zu Themen wie Rassismus, Antikapitalismus, Pazifismus, Klimakrise, Migration, Netzpolitik. Es ist jetzt hier nicht alles aufgelistet, aber einfach zum Zeigen, dass es sehr breit ist. Wir haben uns auch Gerichtsdokumente angeschaut, viel Archivmaterial angeschaut und viel mediale Berichterstattung angeschaut. Ah, sorry, jetzt ist da kurz das Telefon runtergefallen. So, hier sind wir. Weil es halt auch sehr wichtig ist zu sehen, was da berichtet wird, weil es auch die Quellen sind, wo politische Aktivistinnen und Aktivisten ihre Informationen hernehmen. Und dabei unglaublich wichtig ist, es gibt ethische Grundsätze, die beachtet werden müssen bei so Forschung. Es ist klar, wir schauen uns Menschen an, die eigentlich nicht überracht werden wollen und forschen da. Das ist ganz entscheidend, dass die, ja, das mit großer Vorsicht gewaltet wird hier. Und da einerseits natürlich ganz klar, man will keine Geheimnisse weitergeben. Das heisst, wir wollen nicht irgendwie die meisten Methoden wie politische Aktivistinnen und Aktivisten ihre Privatsphäre schützen, aufdecken und dann zum Beispiel an die Polizei weitergeben, damit die dann entsprechend reagieren können. Anonymisierung, ganz wichtig, wo niemals Rückschlüsse auf eine Person zulassen. Aufpassen mit Recordings, mit Datensammlungen, mit Fotos etc. Und natürlich auch komplette Transparenz über die Absicht des Projektes, über den Umfang des Projektes und erklären, wieso diese Forschung eben doch wichtig ist, wieso es wichtig ist, auch aus einer politischen Perspektive heraus, dass man auf diese Mechanismen, auf diese Probleme aufmerksam macht. Yes, digitale Tools für politische Aktivisten, Aktivistinnen, auch für alle Arten von politischer Partizipation sind unglaublich wichtig geworden. Ich weiss nicht, ob ihr diese Twitter-Revolutions kennt, das war da im arabischen Frühling, zum Beispiel Türkei, Tunesien, Ägypten, wo halt soziale Medien unglaublich entscheidend waren in diesen Protestbewegungen, weil sie einerseits günstig sind, andererseits skalierbar. Das heisst, ich kann einen Twitter-Account eröffnen und potenziell ein Millionenpublikum erreichen, ohne dass ich irgendwelche Infrastruktur aufstellen muss. Die Infrastruktur wird mir quasi gratis zur Verfügung gestellt. Das ist bahnbrechend, man kann das gar nicht anders sagen. Diese Tools sind auch extrem schnell, das heisst, oftmals wurden da Protestbewegungen live auf Twitter oder auf sozialen Medien koordiniert oder auf Messenger. Zensur ist schwierig. Klar, China schafft das so ein bisschen, im Internet wirklich Zensur walten zu lassen. Ansonsten ist es wirklich sehr schwierig, da eine effektive Zensur durchzusetzen. Und auch wichtig, klassische Media-Gatekeepers können umgangen werden. Das heisst, ich muss da nicht, ich bin nicht darauf angewiesen, dass zum Beispiel ein Leitmedium, eine Zeitung, die da vielleicht schon unter Kontrolle von eben dem Staat, gegen den ich mich auflehnen will, ist. Und ich kann quasi meine eigene Agenda setzen und ich kann in meiner Sprache direkt auf ein Publikum zugehen, ein Publikum direkt anschreiben, eine breite Öffentlichkeit erreichen. Aber dann eben das Problem, das ist, wie so oft diese digitalen Technologien, ein absolut zweistelliges Schwert. Sie bringen viele Vorteile, aber auch Probleme. Und das ist eben diese Überwachung. Das heisst, es gibt neue, schwere Möglichkeiten zur Überwachung, die eben auch durch digitale Technologien enabled werden. und die basieren zu grossen Teilen vor allem auf Daten. Und David Sommer ist, ich glaube, jetzt leider nicht mehr hier jetzt, er hat vorher ja gerade gezeigt, wie alle lieben diese Daten, wenn man sie verbinden kann. Das heisst, Google, gross in Zürich, die Polizei, super Daten kombinieren, kann man mehr damit machen. Dann kommen noch Facebook-Daten dazu. Und wenn man das alles irgendwie so zusammen aggregiert, dann kann man unglaublich viel sagen über einzelne Personen. Man kann unglaublich viele Rückschlüsse zulassen. Und natürlich, ja, unglaubliches Überwachungspotenzial. Auch die SBB liebt Daten, wie wir seit dieser Woche wissen. Ich weiss nicht, ob ihr das gesehen habt. Gerade die DigiGES hat sich da jetzt stark gemacht, zusammen mit Algorithm Watch. Dezentrum hat den offenen Brief mit unterzeichnet. Die SBB will die Überwachung an den Bahnhöfen massiv ausbauen, um mehr Umsätze in Geschäften zu machen. Also mehr Umsatz zu machen, indem sie genauer analysieren können, da Mann mit Kind läuft in dieses Geschäft, läuft nicht in dieses Geschäft. Potenziell eben auch mit Gesichtserkennungssoftware. Das weiss man noch nicht so genau. Und das Problem ist bei diesen Systemen, die werden installiert mit immer so, hey, das ist nur für das. Oder wir brauchen das wirklich nur für das. Oder irgendwie, das ist nur für die äusserste Terrorismusbekämpfung. Und sind die Systeme dann einmal installiert, werden die Daten weitergegeben, und man weiss nicht mehr genau, was passiert. Es gibt wenig Transparenz, wo diese Daten gespeichert werden, wer sie alles nutzen kann. Das ist natürlich unglaublich problematisch für politische Aktivisten, Aktivistinnen in anderen Ländern, aber eben auch in der Schweiz. Aber nicht nur diese totale Massenüberwachung von allen Menschen, die sich da im öffentlichen Raum bewegen oder im Online-Raum bewegen, sondern auch die gezielte Überwachung wird immer heftiger. Ich weiss nicht, sicher einige von euch kennen sicher Pegasus. Pegasus ist so ein bisschen das extremste Beispiel von gezielter Überwachung, das in den letzten Jahren stattgefunden hat. Pegasus ist eine Software, beziehungsweise eine Spyware, die auf einem Smartphone installiert werden kann, die remote installiert werden kann. Das heisst, ich muss das Smartphone nicht in meinen Händen halten. Ich kann das irgendwie übers Internet angreifen. Und einmal installiert, habe ich kompletten Zugriff auf alle Sensoren. Ich habe Zugriff auf alle Daten, auf alle Chats von diesem Smartphone. Pegasus wird angeboten von der tollen Firma NSO, das ist eine israelische private Firma, die das lizenziert für alle, ja, sie sagen natürlich, für das Bekämpfen der organisierten Kriminalität usw. Effektiv gefunden wird es dann bei Menschenrechtsanwälten, Anwältinnen und politischen Aktivisten, Aktivisten natürlich. Pegasus wurde auch in der Schweiz schon angewendet. Es gibt einen katalanischen Unabhängigkeitsaktivist, der angegriffen wurde mit Pegasus, mit einem Swiss Boarding Pass. Und Pegasus, einfach mal so, um euch zu Augen zu führen, wie krass diese Privacy Invasion ist, es reicht eine SMS, also so eine Phishing-SMS, die natürlich auch richtig gut gemacht ist, das ist nicht so, was ihr irgendwie aus Ghana irgendwie kriegt, von den Phishing-Industrien da, sondern richtig gut gemachte Boarding Pass wurde von dieser Person empfangen. Und das Empfangen dieses Boarding Passes, das Empfangen dieser SMS, das reicht aus, um das Smartphone zu infizieren und kompletten Access auf all diese Sensoren zu haben. Das ist ein sogenannter Zero-Click-Exploit. In manchen Versionen von Pegasus brauchte es einen Klick, dann war es ein One-Click-Exploit. Und eben, das ist auch in der Schweiz schon passiert. Die Schweizer Polizei hat auch nachweislich, schon Pegasus eingesetzt und lizenziert. Es gibt drei bekannte Fälle, wo das schon gekauft wurde. Es wird dann eingekauft bei dieser privaten israelischen Firma. Pegasus beinhaltet mehrere sogenannte Zero-Day-Vulnerabilities. Und Zero-Day-Vulnerabilities sind noch nicht entdeckte Sicherheitslücken. Und eine solche noch nicht entdeckte Sicherheitslücke ist unglaublich teuer, unglaublich schwer zu finden. Und die Tatsache, dass mehrere Zero-Days in einem Tool kombiniert werden, das ist absolut aussergewöhnlich. Das ist wirklich nur möglich, wenn man fast schon staatliche Finanzierung Hilfe hat, um so ein Tool zu bauen. Und eben, wie gesagt, voller Zugriff auf alle Sensoren. 63 Fälle sind bekannt, dass Toronto Citizens, das Citizens Lab in Toronto, hat diese aufgedeckt und macht da ganz wichtige Arbeit. Kurzer Fun-Fact, der beste Schutz gegen Pegasus ist eine US-Nummer, also eine US-Mobilfunknummer, weil der amerikanische Geheimdienst, oder die amerikanische Regierung, verbietet es Israel, da amerikanische Bürger damit anzugreifen und daran halten sie sich dann wieder. Das ist so ein bisschen die Absurdität von Weltpolitik im internationalen Spionage-Zirkus. Ein anderes Thema, das ich ganz kurz beleuchten möchte, ist Corporate Surveillance und Gray Intelligence. Und zwar ist es auch etwas, das immer mehr aufgekommen ist in den letzten Jahren mit digitalen Technologien. Und zwar sind das Firmen, die Spionage betreiben. Das ist nicht komplett neu, das gab es auch schon. Nestle hat da schon bei Attac, einer Organisation in der Romadi, einen Undercover-Agenten platziert. Das war ein Securitas-Mitarbeiter. Komplett absurde Story. Also die haben da immer schon so krasse Privatsphäre-Verletzungen gemacht. Aber das hat eben stark zugenommen, weil es immer einfacher wird, durch diese Daten, die da verfügbar sind, quasi im Internet Aktivistinnen und Aktivisten zu überwachen. Und das Problem, was da passiert, das ist dieses Phänomen, diese Gray Intelligence. Und das ist, dass Polizistinnen, Polizisten oder auch Geheimdienstmitarbeiterinnen oder Mitarbeiter von diesen Staatsorganen oftmals zu privaten Firmen wechseln und dann da quasi ihre Kontakte mitnehmen, ihre Tools mitnehmen und da die gleiche Arbeit weitermachen. Das heisst, es wird dann so ein diffuses Feld, darum heisst es auch Gray Intelligence. Wer einen jetzt da überwacht, ist es jetzt eine Firma, ist es jetzt der Staat? Überwachung findet ja auch mehrheitlich, wenn sie erfolgreich ist, zumindest im Verborgenen statt. Und für politische Aktivisten, Aktivistinnen, ist es natürlich ein absoluter Albtraum, weil man nicht weiss, von wem werde ich jetzt da überwacht? Ist das legal? Ist das illegal? Wie kann ich mich wehren? Was passiert überhaupt? Ein krasses Beispiel in dem Zusammenhang ist BP in England. BP, der Ölkonzern, kennt ihr sicher. Die haben Tischen angelegt von Aktivisten, Aktivistinnen, die an Facebook-Events teilgenommen haben, bei Protestbewegungen gegen BP, haben die dann miteinander verglichen und geschaut, okay, da gibt es Menschen, die sind immer wieder an all diesen Protesten gegen uns dabei, die setzen wir jetzt mal auf eine Liste, die überwachen wir mal etwas näher, da heuern wir auch mal einen Privatdetektiv an, zum Beispiel, um die auszuspionieren. Die Polizei hat sich dann oft auch an dieser Überwachung beteiligt und in England wurden auch schon mehrere solche Gruppierungen von der Polizei infiltriert. Es gibt ja ganz absurde Stories. Das ein Undercover-Polizist hat dann zwei Kinder gezeugt mit AktivistInnen und es ist wirklich völlig absurd, könnt ihr euch gerne nachlesen. Und genau, hier ist so eine Akte, in der BP beschreibt, wie sie einen Aktivisten ausspioniert haben, der das dann eingeklagt hat, der diese Akteneinsicht eingeklagt hat und diese Research, Julie Ulldarm hat da viel Research dazu gemacht, kann ich euch sehr empfehlen, der eben zeigt, wie gross und gefährlich diese Corporate Surveillance geworden ist und wie komplett illegal die eigentlich stattfindet. Ich habe dann am Schluss auch noch eine Liste mit allen References, da könnt ihr noch nachschauen, falls ihr das da kopieren möchtet. Also, zusammenfassend, Überwachung in der digitalen Gesellschaft erreicht einen kompletten Höchststand, kennt ihr alle, ist nichts wirklich Neues leider, darf scheinbar alles, also wirklich so, die Regulierung, wie schon auch David Sommer vorher gesagt hat, das heisst so, das legale Prinzip ist eigentlich Abschreckung, man sollte nicht, aber es passiert dann trotzdem und es gibt extrem wenig Regulierung, während die Möglichkeiten, die diese Datenmengen, die überall anfallen und kombiniert werden, immer, immer grösser und invasiver werden. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt des Vortrags oder der Forschung, so, was machen wir dagegen, was machen politische AktivistIn dagegen und das dann diese immer wieder erwähnte, allseits beliebte Privacy Protection und da möchte ich jetzt kurz eintauchen, einerseits, wieso Privacy Protection wichtig ist, aber wieso es eben nicht der einzige Weg sein kann, um auf diese Zustände zu reagieren. Und zwar, wenn es um Privacy Protection geht, dann reden wir von Internet Skills oder zumindest in akademischen Forschung werden die oft als Internet Skills beschrieben und die Internet Skills teilt man gerne auf in einerseits technische Skills und andererseits soziale Skills. Die technischen Skills haben wir eben im Vortrag vorher gleich schon kennengelernt, was ein paar von euch da waren. Das sind zum Beispiel Messenger wie Signal. Signal ist ein sehr beliebter Messenger in aktivistischen Kreisen, weil er End-zu-End verschlüsselt ist und man kann da auch in Gerichtsurteilen nachlesen, doch relativ effektiv die Privatsphäre schützt. Also es gibt da verschiedene Gerichtsurteile, die zeigen, dass es für Strafvollzugsbehörden in den USA sehr schwierig ist, an Daten von Signal heranzukommen. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht möglich ist. Das ist auch wichtig. Weil zum Beispiel, wenn so ein Gerät mit dem irgendwie viel kommuniziert wurde, in die Fänge der Polizei gerät, dann sind natürlich diese Chats trotzdem verfügbar. Da hilft dann alle End-zu-End-Verschlüsselung nichts. Auch beliebt ist Tor oder Tails und andere Programme, die ein anonymes Browsen ermöglichen, die erlauben, einem ohne Spuren im Internet unterwegs zu sein. Idealerweise noch kopiert mit einem, kopiert, kombiniert mit einem VPN, der noch weiter die IP-Adresse hinter einem sogenannten Proxy versteckt. Zur Anwendung kommen aber auch Dinge wie Mesh-Messenger. Das ist der Mesh-Messenger war ganz wichtig in der Protestbewegung in Hongkong. Mesh-Messenger funktionieren so, dass sie gar nicht notwendig mit dem Internet connecten, sondern einfach von Device zu Device, zum Beispiel dann an einem Protest kommunizieren, was dann viel schwieriger macht, da nochmal irgendetwas abzuhören oder eine Verbindung zu unterbrechen. Auch ein Tool, das ich euch allen empfehlen kann, ist PGP, Pretty Good Privacy. Das ist ein Verschlüsselungsprogramm für E-Mails, das sich im Gegensatz zu anderen Dingen auch oftmals eigentlich relativ einfach anwenden lässt. Also die andere, zum Beispiel Tor, da kommt dann immer bei Aktivisten, Aktivistinnen das Ding, aber die sind so langsam, das ist so schwierig, das ist so umständlich, was dann dazu führt, dass man es nur in bestimmten Situationen nutzt, was dann teilweise auch nicht viel hilft. Wenn ich dann einmal schütze mich im Internet, das andere Mal nicht, dann ist eigentlich die ganze Mühe umhin. Spannender finde ich aber, zumindest ist es meine persönliche Meinung, diese sozialen Skills, also weniger die technische Seite, sondern was für soziale Skills, Mechanismen, Gewohnheiten eignet man sich an, um seine Privatsphäre zu schützen. Da gibt es diesen Begriff der Selective Disclosure, der Forschung, sagt man dem so, dass man nicht in jedem Kontext alles teilt oder in bestimmten Kontexten andere Inhalte teilt. Ihr könnt euch das so vorstellen, zum Beispiel auf Facebook teile ich was anderes als im Familienchat, auf Instagram teile ich andere Inhalte als auf LinkedIn und das gilt natürlich auch für Aktivisten, Aktivistinnen. Ich überlege mir zuerst, was ist das für ein Raum, in dem ich mich da gerade bewege und was kann ich da teilen, was nicht und was muss ich wo schützen. Oftmals auch zur Anwendung kommen Codewörter oder Anonymisierung, dass man zum Beispiel Orte nicht preisgibt oder für einen bestimmten Ort ein Codewort benutzt. Das ist auch spannend, da wurde aber auch von den Personen, mit denen wir gesprochen haben, immer schon wieder angezweifelt, ob das denn überhaupt effektiv ist, weil es doch ziemlich offensichtlich ist, oftmals. Größere Aktionen werden oft in besonderer Geheimhaltung geplant, also wenn man zum Beispiel sagt, es gibt einen bestimmten Protest, bei dem es wichtig ist, dass die Polizei nichts davon erfährt, dann herrscht da erhöhte Geheimhaltung, bis man dann zu diesem zivilen Ungehorsamen oder was auch immer Aktion schreiten kann und passt auf, dass vorher wie nichts rausgeht. Und das ist so ein bisschen verknüpft mit dem Bauen von Threat-Szenarios und das ist etwas, das auch für euch alle glaube ich sehr wichtig und relevant ist. Und zwar das Problem eben, Tor langsam und schwierig zu benutzen teilweise, andere Tools sind auch erfordern gewisse Disziplinen oder gewisse technische Know-how und da ist ganz wichtig, dass man eine Abschätzung vornimmt und sich überlegt, was ist dann überhaupt mein Bedrohungsszenario, also gegen was schütze ich mich. Und wenn ich mich zum Beispiel gegen einen Geheimdienst schütze oder wenn ich mich gegen eine Polizei oder gegen eine Firma schütze, dann sind das unterschiedliche Bedrohungsszenarien, weil die mit unterschiedlichen Tools arbeiten und dann muss ich mich auch entsprechend unterschiedlich schützen. Also zum Beispiel gegen US-Geheimdienst, gut, da wird es sowieso schwierig, aber wir nehmen vielleicht nachher noch kurz, ja, aber gegen die Schweizer Polizei, naja, da gibt es dann ganz andere Methoden, die wichtiger sind. Und jetzt möchte ich zu dem Punkt oder zu dem Thema kommen, das ich eigentlich am spannendsten finde an dieser Forschung und das sind die Probleme, die dabei auftauchen und die grossen sozialen Implikationen, die wir oftmals übersehen, von diesem System von Massenüberwachung, auf das politische Aktivisten, AktivistInnen mit Privacy Protection reagieren. Und das eine, was ich zumindest faszinierend finde oder fand, ist diese Lifestyle of Secrecy, also ein Lifestyle der Geheimhaltung, der gepflegt wird oftmals in aktivistischen Kreisen, weil es halt notwendig ist, dass man seine Privatsphäre schützt, wirkt das so ein bisschen zur Gruppenidentität. Das heisst, man hat da verschlüsselte Chats, man nutzt Codes und so weiter, aber das steht dann im krassen Widerspruch damit, dass man ja eigentlich Dinge transparent machen will. Also viele Gruppierungen wollen ja genau irgendwie die unethischen Geschäftspraktiken von grossen Konzernen ankreiden und in die breite Öffentlichkeit tragen, müssen sich dann aber verstecken und müssen sich da irgendwie zurückziehen in geschützte Räume. Das steht dann im krassen Kontrast zu dem. Es ist dann auch schwieriger, neue Mitglieder oder Mitgliederinnen zu finden, Ah, das ist falsch gegendert, das wurde ich noch darauf aufmerksam gemacht, aber das habe ich dann vergessen. Genau. Ja, sehr schwierig, neue Mitglieder zu finden, das ist klar, wenn man sich immer in den verborgenen Räumen bewegt, wie findet man da neue Leute, die mitmachen bei diesen wichtigen Themen, irgendwie, die mittragen wollen. Und es wird halt alles so ein bisschen shady. Es gibt so den Dunst des Illegalen, auch bei Dingen, die eigentlich gar nicht zwingend illegal sind. Also wenn man zum Beispiel einen Protest plant, das ist nicht illegal, einen Protest zu planen, es ist auch nicht illegal, einen koordinierten Protest zu planen. Aber wenn man das dann alles immer im Verborgenen macht, werden plötzlich Dinge, die eigentlich illegal sind, eben auch so scheinbar illegal oder so als illegal wahrgenommen, was natürlich dann auch in der öffentlichen Wahrnehmung eine Rolle spielt. Und da, ja, ich finde, das ist etwas, das man sehr stark merkt, meiner Meinung nach, dass es dann immer so eine Verschiebung gibt, von was ist eigentlich okay, und am Schluss ist dann gar nichts mehr okay. Und eben, zurück zum Sweat-Szenario von vorher, ist extrem anstrengend und zeitaufwendig. Und diese Ressourcen, die hier gebunden werden, bei diesen Privacy-Protection-Strategien, bei all diesen Umsetzungen, die fehlen dann natürlich bei der Arbeit von politischen Aktivisten, Aktivistinnen, die ja sowieso schon extrem viel Arbeit leisten, die unbezahlt ist meistens oder oftmals. und, ja, dann oftmals auch zu so einem Burned-Out-Gefühlen, es gibt viel Forschung, die beschreibt, wie sich diese Aktivisten, Aktivisten dann so Burned-Out fühlen, deswegen, weil es halt so unglaublich umständlich ist, zu kommunizieren, weil es so unglaublich anstrengend ist, in diesem Umfeld noch Aktivismus zu betreiben. Dann, zweites Problem von dreien, ist Networked Privacy. Und zwar, Privatsphäre ist etwas, Privacy, sage ich jetzt mal den englischen Term hier, Privacy ist etwas, das wir eigentlich historisch immer als etwas verstanden haben, über das ich Kontrolle habe. Das heisst, ich kann mir überlegen, was sage ich, in welchem Raum, in welchem Raum bewege ich mich, wo wird vielleicht mal etwas aufgezeichnet, so ein Ausnahmefall, und dann plötzlich kommt das Internet und Privacy wird networked. Das heisst, plötzlich kann jemand ein Bild von mir auf eine Social-Media-Page hochladen und mich dabei markieren und verknüpft den Datensatz, der von mir existiert, mit ganz vielen anderen Daten und komplementiert komplett meine Privacy. Das heisst, wenn ich alleine meine Privatsphäre schütze, in einer Gruppe von Aktivisten, AktivistInnen, dann reicht das nicht aus. Wenn die Daten von einer Person komplementiert, wenn ein Handy in die falschen Hände gerät, dann reicht das unter Umständen, um halt wirklich Daten über die ganze Gruppierung, über verschiedene Personen diese Gruppierung weiterzugeben. Und das ist ein grosses Problem. Also beschlagnahmende Telefone haben sich immer wieder als Quelle für solche Daten gezeigt, die dann auch, und das ist ein anderes Problem, das Problem ist diese Digital Permanence, Daten sind sehr lange speicherbar und werden sehr lange gespeichert, dann plötzlich Dinge vor fünf, sechs Jahren wieder ausgegraben werden, weil eben plötzlich es möglich ist, wieder neue Datensätze zu verknüpfen oder Dinge zu finden, die vor sechs Jahren halt mal auf diesem Telefon abgespeichert wurden. Beim Beispiel von Pegasus auch, finde ich sehr spannend beziehungsweise erschreckend, ist, dass dann oftmals gar nicht die Person angegriffen wurde, die man angreifen wollte, weil das zum Beispiel eine Politik, Politikerin gewesen wäre, die relativ gut geschützt ist oder wo man ein bisschen aufmerksam ist, sondern eben Freunde und Familie angreift, weil auf diesen Handys natürlich auch Daten gespeichert sind über diese Person und weil die Person sich oftmals im gleichen Raum befindet wie diese Politikerin, dann reicht es, wenn ich das Telefon vom ganzen Umfeld infiziere, ich muss gar nicht das Telefon dieser Person direkt angreifen. Und dann das dritte Problem oder der dritte Problemkomplex, den ich gerne kurz ansprechen möchte, ist, das sind diese Chilling-Effekts und Chilling-Effekts sind eigentlich Effekte der Abschreckung. Chilling-Effekts bedeuten, dass ich, wenn ich mich irgendwie bedroht fühle in einer bestimmten Situation, eine bestimmte Handlung gar nicht erst vornehme und diese Chilling-Effekts sind unglaublich schwierig zu messen, weil es ist ja extrem schwierig, vor allem auch in der Forschung zu messen, etwas, das ich noch nicht getan habe oder etwas, das ich vielleicht getan hätte, dann aber nicht tun werde, weil ich mich vor den Konsequenzen fürchte. Und obwohl diese so schwierig zu messen sind, konnten wir nach, also konnten verschiedene Forscherteams nach den Snowden Leaks, Snowden Leaks, ich denke, das kennt ihr alle nach, wo klar wurde, was für eine absurde Massenüberwachung die USA und andere Geheimdienste betreiben, wo das klar wurde, gab es eine Veränderung in Google Search Terms, also Menschen haben, Internet-User haben plötzlich gewisse Dinge auf Google nicht mehr gesucht, weil sie Angst hatten, in die Fänge dieser Geheimdienste zu kommen. Das heisst, ich getraue mich plötzlich nicht mehr, eine bestimmte Kombination von Suchbegriffen einzugehen, weil ich denke, oh, dann denken die, ich bin Terrorist und komme irgendwie und hole mich da irgendwie ins Gefängnis. Oder auch nachweisbar, es gab weniger Zugriffe auf Wikipedia-Artikel rund um Themen wie Terrorismus. Das heisst, auch ganz erschreckend, besonders zum Beispiel in der UK, Menschen mit muslimischem Hintergrund haben sich davor gefürchtet, bestimmte Wikipedia-Artikel aufzurufen, weil sie Angst hatten, dass es dann so kombiniert wird, dass sie auch Teil dieser Terrorismusbewegungen sein können, die in dieser Zeit so krass oder beziehungsweise auch jetzt noch überwacht werden. Und dann, dritte Teil Chilling-Effekt, die auch nachgewiesen wurden, ist Selbstzensur von Journalistinnen und Journalisten, also durch Analyse von grossen Datensätzen, von Newsartikeln konnte man nachweisen, dass die Themen und auch die Wortwahl von Journalisten und Journalistinnen nach den Snowden Leaks vorsichtiger wurden, rund um diese Themen. Was dann auch schon zeigt, dass eben dieses Klima der Angst, das Klima der Überwachung, das hat Konsequenzen, die weiter über hinausgehen, was wir uns irgendwie, ja, momentan fast schon vorstellen können, beziehungsweise was wir schützen können, indem wir eben technische Tools nutzen, um unsere Privatsphäre zu nutzen. Und das, ja, sind potenziell weitreichende Konsequenzen für unsere Demokratie, für unser politisches System und die Quintessenz, ich glaube, von diesem Vortrag, ich komme jetzt langsam zu einem Ende, damit wir noch genug Zeit für Fragen haben, ist eben das, dass wir, klar, wir können unsere Privatsphäre schützen, wir können noch bessere Tools entwickeln, noch bessere technische Möglichkeiten entwickeln, um unsere Privatsphäre zu schützen, aber die sozialen Implikationen, die bestehen. Und die sind unglaublich schwierig zu verstehen, zu messen, sie sind sehr schleichend und die Antwort, die wir dabei brauchen, ist nicht besseren Schutz der Privatsphäre, beziehungsweise eben nicht nur besseren Schutz der Privatsphäre, sondern auch mehr Regulierung. Das heisst, wir brauchen einen Shift weg von wie schützen wir die Privatsphäre besser, klar, nach wie vor wichtig, sondern auch wie können wir Überwachung verhindern. Wenn die Idee ist, dass es mein Job ist, und das ist momentan das Narrativ, das ist das Framing, dass es mein Job ist, dass ich meine Privatsphäre schütze, während Google, Facebook, Geheimdienst, alles mit Daten machen kann, dann sind wir verloren. Weil eben wie gesagt, Networked Privacy, andere Probleme, es ist gar nicht möglich, meine Privatsphäre komplett zu schützen. Das ist ein Effort, der mehr als das braucht. Yes, und somit wäre ich glaube ich schon am Ende, 30 Minuten, das ging auch gut, perfekt. Ja, vielen Dank, und ich hoffe auch, viele Fragen. Danke, der Applaus war definitiv verdient, ein sehr guter Vortrag, der auch die Aspekte von den klassischen drei Stichworten wegnimmt. Jetzt, es gibt ein Saalmikrofon, die einen wissen vielleicht schon, wie es geht. Gibt es Fragen von eurer Seite, dann bitte steht auf und geht zum Mikrofon dort. Sonst, ich habe den, er kommt jetzt, also, es ist da ganz ein privater Rahmen, nein, also, wir reden hier über Privatsphäre, lasst euch nicht da unterdrücken und irgendwie, wir haben gerade das Thema, wie heisst es, Chilling, Werteffekt. Chilling Effekt, steht für eure Frage rein. Ich stelle mal eine erste Frage so als Eisprojekt, das ist mein Job als Moderator. Wenn ich so die Thematik anhöre, dann denke ich an Iran, an China, Nordkorea, aber nicht an die Schweiz. Bin ich naiv oder sind wir ein Paradies? Was ist so deine Meinung? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, all das ist unglaublich relevant für die Schweiz. Also, wir haben zwei oder drei, ich weiss gar nicht, Gesetze in den letzten Jahren verabschiedet, die eben eigentlich die Kompetenzen dieser Behörden massiv ausgebaut hat. Wir haben gesehen, Pegasus wurde auch angewendet in der Schweiz und gerade diese Chilling-Effekte, diese schleichenden Effekte der Überwachung, die finden auch hier statt. Und auch ganz wichtig, die Schweiz ist auch ein Ort, wo man jetzt in Bezug auf Regulation, in Bezug auf politische Antworten noch einen guten Spielraum hatte, das zu unternehmen und irgendwie da ja auch sich dagegen zu stellen, politisch mobil zu machen. Ich glaube, in der Türkei zum Beispiel ist es schwieriger, genau, jetzt müssen wir noch die vorankommen, ist es viel schwieriger, da etwas dagegen zu machen. Also, nehmen wir auf jeden Fall Schweiz super wichtig und aktuell. Also, ja, nicht zu spät anfangen mit diesem Thema in der Öffentlichkeit. Yes. Wer hat Fragen? Dort ist das Mikrofon, damit auch die Leute im Simit. Sonst, ich frage noch mal etwas an. Ich mag mich an in uralten Zeiten erinnern, als die E-Mails durchsucht wurden, nach Stichwörtern, da gab es ein paar Leute, die haben unten am E-Mail alle möglichen Antistichwörter aufgeschrieben, also Präsident, Bombe, Angriff, also sie wollten es provozieren, so das, ob es durch das System zu vernebeln. Funktionierte das? Gibt es das noch? Oder ist das mehr so ein, ich mache etwas, aber bin stolz drauf? Das ist eine gute Frage. Das weiss ich nicht, ob das jetzt noch funktioniert. Ich weiss tatsächlich eine Zeit lang, also diese Keyword-Suche im Prism ist das eine System, das von den USA betrieben wurde oder immer noch wird, muss man davon ausgehen, wo wirklich diese Datensätze, diese Datenflüsse in Echtzeit abgegriffen werden und da findet wirklich auch so eine Keyword-Suche statt. Aber ganz spannend in dem Zusammenhang, es gibt viele Stimmen, auch aus dem US-Militär unter anderem, die sagen, das ist komplett ineffektiv. Also es klingt so nach der super Lösung, die wirklich Terrorismusbekämpfung irgendwie revolutioniert hat und viele Stimmen sagen inzwischen, es hat sich gezeigt, dass es überhaupt nicht effektiv ist. Also mein Liebling ist, immer noch im Flugzeug nach Amerika fliegt man, wo man ankreuzen muss, wo man Terrorist ist. Ja, genau. Das ist so. Genau, ich glaube, das sind auch so ein bisschen die Gründe, wieso das eigentlich vermutlich nicht effektiv ist. Man hat hier nur drei Fragen zugegeben. Ja, jetzt kommt jemand, bitte zum Mikro kommen, wenn es geht. Endlich. Kannst du auch nicht reden? Es sind gerade Generationen. Also gibt es da Unterschiede in der Wahrnehmung von Network Privacy? Also wenn ich an meine Mutter zum Beispiel denke, dann ist es schwierig, ihr zu erklären, wie sie mit den Fotos der Gründe umgehen muss und so weiter. Währenddessen vielleicht in unserer Generation das anders ist, vielleicht in der Nachfolgergeneration nochmals anders, gibt es da Unterschiede? Ja, auf jeden Fall. Sehr spannende Frage. Da gibt es extrem viele Unterschiede. Was aber auch wichtig ist, es gibt oftmals diese Vorstellung oder diese Illusion der Digital Natives und dass die quasi alle diese Internet-Skills eigentlich auf dem Weg auflesen und schon gelernt haben bei Geburt fast schon. und das stimmt nicht. Also es gibt da wirklich durch die ganze Demografiekurve unterschiedliche Effekte, dass teilweise aber auch ältere Menschen oftmals besser sein können bei bestimmten Themen und dann jüngere zum Beispiel bei anderen Themen wieder besser werden und sich das so verschiebt. Aber so diese sehr einfache Aufteilung von jungen Menschen können im Internet alles, alte Menschen können nichts, die stimmt zum Beispiel nicht. Ja, ich habe noch eine Frage. Gibt es Versuche von Seite der Aktivistinnen vielleicht die Gegenseite zu überwachen? Ich weiss nicht, bestimmte Politikerinnen und Politiker oder keine Ahnung, Nazi vielleicht. Also ich kann mir vorstellen, dass es kann auch so ein aktivistischer Mittel sein, obwohl vielleicht nicht so beliebt. Sehr spannende Frage, ja. Ich hoffe, das gibt es. Aber ich denke, das Problem ist ja dabei, dass es wirklich so eine unglaubliche Power-Asymmetry ist. Also das ist halt wie so über reiche Menschen, die irgendwie Shareholder sind von einer grossen Firma wie BP oder BlackRock oder weiss ich was, lässt sich eigentlich fast nichts herausfinden, während die Menschen, die am meisten marginalisiert sind, die am meisten irgendwie benachteiligt sind in unserer Gesellschaft, die haben keine Chance, ihre Privatsphäre zu schützen. Das geht so weit, das geht besonders irgendwie Menschen, die homeless sind in den USA, also die irgendwie kein Zuhause haben, dann sich irgendwie auf absurde Wartenweise registrieren müssen, um auch nur kleinste Sozialleistungen zu bekommen und da komplett ihre ganze Privatsphäre aufgeben. Oder dann diese Arrest-Records und so weiter. Also es besteht eine unglaubliche Unfairheit von, wer hat diese Datenhoheit und wer ist wie transparent. und da wäre natürlich super, man könnte irgendwas machen, was das ein bisschen kippen würde, aber das stimmt schon, also es ist ein wichtiger Punkt auch, gerade die sozialen Medien, gerade auch ein Beispiel BP, haben es möglich gemacht, dass man Firmen für Themen irgendwie nicht gerade zur Rechenschaft zieht, aber zumindest in die Öffentlichkeit zerrt. Und das ist schon ein neues Tool, dass man dann sagen kann, hey, man kann da plötzlich ein Facebook-Event schalten und sagen, BP sponsert jetzt irgendwie die Olympiade, aber eigentlich machen die den ganzen Planeten kaputt und plötzlich gibt es einen riesen Online-Shitstorm und dann muss BP reagieren und die kommen dann quasi unter Druck, also werden sie von der Öffentlichkeit in den Schwitzkasten umgenommen und das sind eher sehr effektive Tools für Aktivistinnen und Aktivisten auch wieder. Vielen Dank für die Präsentation. Denkst du, dass du überwacht bist? Ja, das geht Ich denke, im Gegensatz zu den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, zu dem Thema, denke ich nicht, beziehungsweise denke ich an einen Rahmen, der wirklich sehr, sehr tief ist, wenn dann, aber die Menschen, viele von den Menschen, die ich getroffen habe, vor allem auch in den USA, eine Person, da muss ich sagen, das ist schon krass, wie viele Überwachung die ich schon erlebt habe und die eigentlich davon ausgehen, dass ihr Leben mehr oder weniger komplett überwacht ist oder davon ausgehen müssen. Vielleicht noch als Hinweis, ich glaube, dein Twitter-Handle ist noch nicht online. das ist gut. Und, genau. Perfekt. Perfekt. Meine Frage, in deinen Gesprächen mit diesen AktivistInnen, hast du da konkrete Beispiele erlebt, davon, wie sich diese Überwachung äußert, beziehungsweise, was diese Überwachung für Konsequenzen hat, juristischer Natur oder sonst wie? Ja, auf jeden Fall. Also, mehrere Personen, mit denen wir gesprochen haben, haben Hausdurchsuchungen erlebt, zum Beispiel. Und, dann oftmals wurde auf irgendeinem Weg klar, dass Strafvollzugsbehörden, Polizeibehörden, etwas über sie wissen, aber dann konnten sie nicht eine Erfahrung bringen, was genau das ist und woher das kommt, was es da für Akten oder für Datensätze gibt, die über sie existieren. Was gibt es sonst noch? Ja, ich glaube, das sind so die Beispiele, die mir jetzt gerade in den Sinn kommen. Ja, danke auch von mir für den Vortrag. Also, jetzt ganz provokativ gefragt, gibt es für dich denn eine legitime Form der Überwachung? Also, ich denke jetzt zum Beispiel an die aufgedeckte Reichsbürgerverschwörung in Deutschland letztes Jahr und wie sähe diese aus? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine richtig, richtig schwierige Frage, muss ich sagen. Also, was ich krass finde in dieser Forschung, ist, dass man merkt, wenn man die Daten anschaut, zum Beispiel die Daten für schwere Verbrechen im Zusammenhang mit Inlandterrorismus, dann merkt man eigentlich, dass Inlandterrorismus ein rechtsextremen Phänomen. Also, es gibt fast keine Fälle, es gibt sie, klar, aber es sind zahlmässig sehr wenige Fälle von extremer Gewalt und Linksterrorismus in den Inland. Wenn man die Überwachung anschaut, stellt man fest, dass sich die Überwachung in einem absurden Mass gegen diese linken Gruppierungen richtet. Und das ist schon ein Ungleichgewicht, das ja, sehr schwer wiegt. Wenn man das jetzt so korrigieren könnte und sagen könnte, okay, es ist nicht so politisch motiviert, wie es meiner Meinung nach ist, also ich erlebe Überwachung ganz klar als politisch motiviert. Wenn es nicht so politisch motiviert wäre oder politisch problematisch wäre zum Beispiel, dass halt wirklich oftmals dann diese Gruppierungen, die da Überwachung vornehmen, denen sind Reichsbürgerszenen dann fast schon noch nahe stehen, was sich ja oftmals auch gezeigt hat. Also ich meine, die NSU-Morde und so weiter zum Beispiel, da sind Dinge passiert vor V-Männer schon fast schon, die recht extrem geschützt haben, oder? Dann, ja, wäre die Überwachung vielleicht ein bisschen legitimer. Ich würde sagen, legitim fände ich sie noch nicht. Ich würde mir schon eher eine Gesellschaft wünschen, in der Überwachung, das Problem von Überwachung ist halt, dass sie unangekündigt ist und unentdeckt ist oftmals. Und diese Intransparenz steht für mich in einem Widerspruch mit einem demokratischen Rechtsstaat. Weitere Fragen? Ja. Ja, vielen Dank für den super spannenden Vortrag, mega spannendes Thema. Ich habe mich gefragt, also nur schon zu wissen, was denn dieses Bedrohungsszenario ist für Aktivistinnen. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach immer, weil es ist, wie du gesagt hast, manchmal so absurd, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass das in einem Rechtsstaat überhaupt passieren kann. Und ich habe mich gefragt, wie informiert sind AktivistInnen? Gibt es da gruppierungsübergreifend Informationen? Wie läuft das? Ja, da gibt es schon sehr viel. Also gibt es, was schade ist, ist, dass oftmals die politischen, die Gruppierungen, die sich stark mit digitaler Überwachung, die sich stark mit digitalen Themen auseinandersetzen, oftmals, so wie zum Beispiel auch die DIGIGS, sehr abgekapselt sind von anderen politischen Bewegungen. Das ist etwas, das in letzter Zeit, oder zumindest habe ich das so erlebt, in letzter Zeit gab es jetzt mehr einen Zusammenschluss, in letzter Zeit, aber gerade wenn es zum Beispiel um Themen wie digitale Überwachung geht, dann sind es oftmals wenige, da gibt es auch Forschung dazu, auch zum Beispiel nach den Snowden Leaks, wenige Organisationen, die sich stark im digitalen Raum bewegen, die eigentlich sagen, hey, das ist nicht okay, wir müssen da politisch dagegen vorgehen. Während dann zum Beispiel Organisationen wie Greenpeace, die stark überwacht wurden teilweise, sich nicht stark zu dem Thema engagieren, weil sie es nicht als ihr Anliegen sehen. Sie sehen nicht, wie stark das sie auch angehen würde. Und diese Verknüpfung, die passiert, in meinen Augen zunehmend, aber noch nicht noch zu wenig. Und da könnte auf jeden Fall viel gewonnen werden. Hallo, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Habt ihr in eurem Forschungsprojekt auch mit AktivistInnen gesprochen, die mit Data Obfuscation arbeiten, in Sinne von, sie geben ihre Smartphones weiter an Familienangehörige oder an andere AktivistInnen oder nicht beteiligten Personen, um wie das eigene Verhältnis von AktivistInnen zu ihren eigenen Daten und diesen Gerätschaften sich dann auch über die Zeit verändert. Ja, durchaus. Gibt es immer wieder. Es gibt auch viele, die sagen, ja, es ist ja klar, wenn alle für ein wichtiges Meeting ihr Telefon ausschalten. Super, oder? Das ist natürlich genau wie der Datensatz, der kreiert wird, der sagt, okay, da passiert jetzt irgendwas Wichtiges, das und das und das Gerät, das ist da irgendwie beteiligt. Da gibt es zum Beispiel Beispiele, wo AktivistInnen das Telefon jemanden geben, der dann mit dem Zug in eine andere Stadt fährt, um dann quasi die Präsenz einer bestimmten Person an einem Meeting zu verschleiern. Sowas ist spannend. Ansonsten ist es natürlich sehr schwierig, weil diese Geräte sind sehr stark personalisiert. Und was auch immer wieder gesagt wurde, wir haben auch darüber diskutiert mit AktivistInnen, ob man sogenannte Burner Phones nutzen könnte, also Telefone, die jetzt nur SMS oder Telefonie beherrschen quasi und gar nicht Smart sind in dem Sinne und die sagen, nein, jetzt ist keine Chance, weil so viele von unseren Kanälen, die finden inzwischen auf Signal, auf diesen Messenger Chats etc. statt, dann hätte ich da keinen Zugriff, das ist nicht machbar. Du hast gesagt, dass es mehr Regulation bräuchte, also mehr, dass die Überwachung reguliert werden sollte, jetzt sieht es aber politisch eigentlich so aus, dass es eher immer mehr Überwachung gibt als weniger. Was denkst du, was da gemacht werden könnte auf politischer Ebene oder wie man diesen politischen Prozess umkehren könnte, weil gerade ja auch bei uns in Abstimmungen eigentlich all diese Überwachung immer gut geheissen wurde von der Bevölkerung. Ja, ja, schwierige Frage. Ich glaube, das kommt ein bisschen zurück zu dieser Frage, ob es so ein bisschen eine legitime Überwachung geben kann oder nicht und ich glaube, da müsste man vielleicht auch mal noch mehr eine Diskussion darüber führen, was ist eine Überwachung, zu der wir alle zustimmen können, gibt es so etwas und was für mich auf jeden Fall das grosse Problem ist, ist dieser Paradigmenwechsel, der stattgefunden hat von gezielter Überwachung, die begründet sein muss beziehungsweise hätte sein müssen in den meisten Fällen, teilweise war, teilweise nicht, oder? Aber hin zu einer Massenüberwachung, die eigentlich wie Prism oder Tempora, das Bandar vom britischen Geheimdienst, die hat alle, einfach jede Person die möglichst überwacht und wenn es dann irgendwas passiert, dann schauen wir mal, was gibt es da für Datensätze, was ist da vorgefallen auch in der Vergangenheit mit dieser Person? Also dieses, das ist eigentlich, das widerspricht komplett jeglicher Rechtsstaatlichkeit, die wir kennen, dass man, dass eine Behörde erst aktiv werden kann oder darf, wenn es einen begründeten Verdacht gibt, es einen begründeten Grund gibt, irgendwie da, ja, aktiv zu werden. Herzlichen Dank, wir sind zeitlich am Ende, etwas, was ihr machen könnt, ladet eure Freunde, Bekannten, mindestens an den Winterkongress 2024 ein, wie wir genau in solchen, an solchen Orten werden diesen Themen diskutiert und dann lernen die Leute, dass man irgendwann, nicht einfach nur sagen, ja, wir wollen Kinder, Misshandlungen schützen, deswegen dürfen wir alles, das ist so ein wunderschönes Schlagwort aus der Politik, wenn man das als erstes bringt, wird zu allem zugestimmt, da müssen wir die Bevölkerung ausbilden, weiterbilden, das ist eine Aufgabe der digitalen Gesellschaft und wahrscheinlich auch eures Think Tank, Dezentrum, wenn es genau um diese Sachen geht. Danke für die interessanten Fragen, die doch noch gekommen sind und jetzt bitte noch mal einen warmen Applaus für Lukas S. ,í Seidig. Untertitel Fernse 10